Willkommen bei der Gärtner bei Janos Moratti bei den exotischen Pflanzen zu formen und wie es weitergeht und bei die heimischen Sachen zu formen und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt mir gerne in die Kommentare, schaut Kanal-Info, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok. Und meine Homepage ist da verlinkt und mein Merch. Und schaut auf den YouTube-Kanal vorbei, lasst bei ihm ein Like da und ein Abo dalassen. Und schaut bei ihm vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Facebook, überall. Und heute geht's um die Granatapfel. Die Granatapfel verliert im Winter die Blätter. Und im Frühjahr treibt er aus, so wie der da. Der da hat keine Blätter mehr, wegen der da hat alles verloren, bald. Und der da hat auch verloren, die Blätter. Ja, wenn man es warm stellt, im Zimmer oder im Keller, dann treibt er neu aus und dann kriegt er Blüten. Aber das bringt sie nichts, wegen er soll die Blätter verlieren und nächstes Jahr austreiben. Und so schauen die Äpfel aus, die Äpfel. Und der Große ist schon ganz gelb. Er muss nur die Blätter abschmeißen. Und die Früchte werden dann auch reif. Ja, schau, ich zeig dir. Einfach so, schmeißt er einfach ab. So, einfach ab, schmeißt er. Und der Kleine verliert nicht die Blätter. Wegen, das ist eine besondere Art. Mini-Granatapfel. So werden die vielleicht. Oder so. Und das ist ein Supermarkt-Granatapfel. Wird so groß wie in einem Supermarkt, der Apfel. Ja. Und das wird ein riesiger Baum. Und das wird ein Strauch. Und die anderen werden auch Bäume. So wie der da. Ja. So. Ja, schaut ganz gut aus da. Der Apfel. Die vier Äpfel. Denn überwinteren muss man den Kühl. Nicht warm. Kühl. Ja. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut es in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut es Kanal-Info. Schaut es bei i vorbei. Und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken. Und mein Logo andrücken. Und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie. Bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Twitter, überall. Okay. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.